Okay, der nächste, der erste, der mir zuerst Duschgehe bringt. Bruder, er verliert doch voll viel Zeit. Hä? Ja, Digga. Digga. Digga, der andere ist auch todesschnell, ne? Mein Vater hat so was für Scheiß-Challenges. Ich dachte, du hast ein Haus oder so, Junge. M-m. Boah. Hä, warte mal, Bro, warum gehst du? Du setzt dein Headset ab, gehst auf Mute, da verlierst du doch schon 2-3 Sekunden. Nein, ich geh... Hatte Mute-Ticht mich immer? Gut, ganz schnell. Okay, warte mal. Der erste, der mir Taschentücher bringt. Äh, äh, warte, hier ist es irgendwo. Ey, Junge. Mega, ehrenlos, ehrenlos. Nicht korrekt. Okay, der erste, der mir den Koffer bringt. Ha, da unten, die erzählt das? Den musst du holen. Okay, stark. Ja. Okay. Hat's jetzt gezählt? Warte, warte. Ja. Okay. Der erste, der mir ein paar Schuhe bringt. Ey, ich mach mich. Hier. Ey, Junge. Digga, hast du alles bei dir, Bro? Ey, du Sohn im Zimmer. Digga, er hat einfach alles im Zimmer. Okay, warte mal. Wie lange kaufst du eigentlich schon auf dem Trostbrot? Okay, das ist unmöglich. Wie soll ich, wie soll ich das machen? Okay, der erste, der mir einen Fernseher bringt. Hier, hier. Ey, ich war schneller. Ja, okay, komm. Okay, der erste, der mir den Fußball bringt. Ja, ich hab keinen. Digga, er hat alles. Bro, er hat alles. Er hat alles. Er hat alles. Ja, erstmal Internetsperre. Ey, Mann. Ist unmöglich. Soll ich das schaffen? Er hat alles im Griff heute. Chad, sag mal ein paar Vorschläge. Darf ich gucken? Sag mal so Brillen-Etü oder sowas. Okay. Warte mal, wo ist der andere? Keine Ahnung. Ich glaub, links ist reingekommen. Wieder Eltern und so. Okay, Jungs. Hm. Holt mir einen Messbecher. Hab ich keinen. Haha. Wie hast du keinen? Wie, warum hat man keinen Messbecher? Ich hätte so. Aber woher weißt du, dass du keinen hast? Hab noch nie einen hier gesehen. Ey, sag haha einfach. Wie viele Punkte hab ich jetzt schon und andere? Oh, so fünf. Fünf. Fünf zu drei, glaub ich. Und wie viel, bis wie viel geht's? Äh. Bis, bis, wer jetzt erst sieben hat. Kann ich ja easy noch. Digga, wie lange braucht der für einen verfickten Dings? Achso, Digga. Ich kann gleich nochmal meine ganze Wohnung aufsuchen. Und wie geht's? Gut, wie geht's dir? Digga, was macht der? Bro, also ich sag dir ehrlich, fataler Kandidat. Der Mann. Hat der auch nicht? Ich hab keinen gefunden, nein. Ich glaub, ich hab vielleicht sogar wirklich einen. Warte mal, ich guck mal kurz. Jetzt guckst du. Nein, vorbei. Vorbei, hallo, vorbei. Es ist jetzt wirklich vorbei. Okay. Okay, der erste. Der mir schwarzen Pfeffer bringt. Hab ich. Schwarzen Pfeffer? Wie? Das hab ich, 100%. Na, hab ich safe nicht. Bro, jeder hat schwarzen Pfeffer zu Hause. Hä? Hast du keinen Pfeffer zu Hause? Im normalen, aber keinen schwarzen Mann. Das ist doch, das ist meistens schwarzer. Ja? Ja. Genau, ich sag, du bist eh schneller als er. Da, Mom. Ja, warum machen die die Cam aus und muten sich? Ist das wirklich schwarzer Pfeffer, Bro? Ist das schwarzer Pfeffer, Chad? Ja, okay. Erzählt? Ja, erzählt. Okay. So, Kendrick 5, Suju Kfanne 3. Bro, lass doch deine Tür offen. Ja, warte, mach ich. Mach ich. Ich hab echt keinen Dinger, ja? Hat der andere? Ja, ja, er hat, er hat gefunden. So, okay. Wie viel steht's? 5, 4, ne? Ja. So, der erste, der mir einen Rasierer bringt. Nee. Nein. Digga. Hä? Wohin, er hatte einen Rasierer bei sich auf seinem Schrank einfach. Ey, das, für was Rasierer, der hat nicht mal einen Bart. Ey, warum so? Warum was? Egal. Okay, warte mal. Wenn du noch einen Punkt machst, ist es over, ne? Nee. Okay. Okay, der erste, der mir Tabletten bringt. Wo ist mein Portemonnaie? Er hat alles zu Hause, aber findet nicht sein Portemonnaie. Hier, hier, hier. Nee, hab ich nicht. Oh. Das ist gezeigt. No way. Was haben wir? Wie viel steht's? Ey, oh, das war grad richtig knapp, oder? 6, 4. Oder 6, 5. Okay, okay. 6, 4, oder? 6, 5. Grad schon 6, 4. Warte, 6. So, ja, dann. 6, 5. 6, 5, ja. Okay. Warte mal. Ich überleg mir gerade. Was ich hier in meinem Zimmer haben könnte, so. Okay, warte. Okay, der erste, der mir einen Staubsauger bringt. Nein. No way. Was? Warum hast du einen Staubsauger in meinem Zimmer? Einfach Stopp. 6, 6. Bro, warum hast du einen Staubsauger in meinem Zimmer? Weil woanders kein Platz ist. Also schon, aber manche haben Staubsauger, weißt du? Ich hab gestoppt. Er hat einen Staubsauger in seinem Zimmer. Verlängerung jetzt, oder? Oder ohne? Wir machen jetzt, letztes Ding entscheidet. Okay. Ich werde ihn nicht gewinnen. Aber mach deine Cam nicht aus, wenn du weggehst. Okay. So, der erste. Der mir eine Klobürste bringt. Oh mein Gott. Alter, da ist sie. Nein. Er war schneller, mein Bruder. Nein. Tja. War das direkt da. GG, Kendrick, du hast gewonnen. Jo, danke. Melde dich bei meinem Mod, äh, Zerone oder Lu. Du weißt Bescheid. Hm. Yes, du hast gewonnen. Danke. Scheiße. Kann ich noch ein Foto machen? Ja, kannst du machen. Jo. Könntest du jetzt auch einfach aus dem Stream, dem Screenshot machen können. Achso. Ja, okay, mach ich. Egal, GG. Weil du am Anfang zu random Sachen hattest. Deswegen, Junge. Okay. Danke euch fürs Mitmachen, okay? Danke, ciao. Tschau. Tschau. Mach. Ja, das mit dem Rasierer war crazy. Hab ich Wäscheklammern? Baba? Der Schick hat doch mal Level Sachen. Sauer, aber dick. Weiß ich nicht, wovon du redest, Tassus. So. Hab ich Wäscheklammern? Baba? Okay, wir machen gleich, lachen, einmal lachen, gleich drei Wäscheklammern im Gesicht oder so. Darf ich kurz? Baba? 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 Kommer? Was übernimmt so lange für euch? Uuuhh. E euh? Goomba? Baba? 'da? Kommer? 10 Documentation? costumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum. 2 dia 248. 1 2 2 4 3 4 4 5 5 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, die Stimme ist gut. Bestes Album. Digger, manchmal kommen da so ehrenlose Sachen bei rum. Ich habe ja wirklich keinen Typ Frau, ne? Boah, aber... What the fuck? Da kann ich nicht mehr. Da ist vorbei. Ich habe ja wirklich keinen... Coat is walk on anime history. Hast du da mit dem Getränk? Ah ne. Ich habe rechts... Okay. Klingt viel? Das klingt viel für dich? Das... Okay, Chad, wir haben welche Klammern. Es kann losgehen. Mods ändert Titel. Mods ändert Titel. Heute haben wir heute haben wir... Heute haben wir... Achso, warte. Was geht ab YouTube? Heute mal was komplett, komplett Neues. Und zwar lachen gleich Wäscheklammern im Gesicht. Heißt, wenn ich lache, hänge ich mir eine Wäscheklammer in mein Gesicht. Oh, das zieht schon heftig. Das ist schon heftig. Das ist schon krass. Ähm, yes! Lasst ein Like, lasst ein Abo da und schreibt in die Kommentare, was man als Bestrafung machen kann. Beim letzten Mal hatten wir Elektroschock. Let's go. Okay. Das klingt viel... Meine Zuschauer linken mich auf Sachen. Ja. Mal gucken, bin ich gespannt. Wann ja als drei. Mein Accountname ist rohr.ce. Ihr könnt mich, äh, verlinken. Chad. Ich singe Just Wanna Rock bei Lil Uziwoord. Das wird zu Ehrenlos. Wow! Das ist nur ein Mann. Das ist nur ein Mann. Das ist nur ein Mann. Bis zum nächsten Mal. Okay, den kann ich überstehen. Ich habe mit Rohat gesprochen bei seiner Talentshow und habe nochmal gewonnen. Los Places sind so Leute, die so verlassene Orte besuchen. Rohat ist ein Streamer mit 800.000 Followern auf... Und er hat eine Talentshow veranstaltet, wo die Leute halt sich ihr Talent zeigen konnten. Ey, Chat, warte mal. Ähm... Wollen wir das eigentlich nochmal machen? Und mein Talent ist es tatsächlich einfach nur mit dem Rad auf los Places zu fahren und diese dann zu filmen und erkunden. Ich bin extra, ich habe den Live schon gesehen und habe es mit dem Landshow gesehen. Und da habe ich mich gefreut und bin direkt hierher gefahren, die 20 Kilometer. So, was ich mir vor eben... Es war eigentlich ein ganz angenehmes Gespräch, bis ich dann gesagt habe, dass die Polizei in der Nähe ist. Oh, das ist nicht illegal. Ist aber egal, ich habe trotzdem die 100 Euro gewonnen. Markiert bitte Rohat in den Kommentaren, like das Video... Okay. Digga, warum bewegt er... Warum bewegt er seinen Kopf so? I don't drive, body aids, I don't like those. I drive the day, don't I touch into the windows. I fuck the... Digga, einer hat in den Chat geschrieben, solution in 10 Jahren. Ey, das zählt nicht. Äh, das zählt nicht. Das zählt nicht. Boah. Okay, erste Wäscheklammern. Aber, Digga, warte mal, Chat. Ich habe keine... Ich will... Also, wo tut es am wenigsten... Also, hier tut es schon sehr weh. Obwohl, hier geht noch. Boah, das tut auch weh. Nase. Da kann ich gar nicht mehr durch meinen Mund atmen. Da höre ich mich die ganze Zeit so atmen. Fucking Sleeper, man. Wie mache ich das? Moin. Lippe. Okay, Lippe ist gut. Lippe tut nicht so weh. Okay. Lippe tut nicht so weh. Würde man im Paradies ein Lamborghini bekommen? Kann man dem Weltuntergang entkommen, wenn man mit einem Raumschiff wegfliegt? Darf man im Paradies Fortnite-Loser-Tanz machen an Menschen, die in die Hölle kommen? Wenn man im Paradies ist, kann man auch Anime-Fähigkeiten bekommen? Darf man in Jenna sein eigenes GTA 6 spielen? Dürfte man Außerirdische, sofern es diese geben sollte? Das ist eigentlich so ehrenlos und nicht drüber zu lachen, ne? Mal wieder reinzoomen und den Krieg unterstützen, dass wir sich ein-Age-Stand haben. Kann man sich im Paradies zum Saiyajin, Super Saiyajin verwandeln? Ernst gemeinte Frage. Darf man im Paradies in einer Anime-Welt sein? Bitte antworte. Ist ernst gemeint. Wollte ich schon seit meiner Kindheit wissen. Darf man im Paradies Clash Royale in echt spielen? Darf man Drogendealer abziehen? Digga, das ist wirklich, also... Also, Digga, ich gu... Also, Digga, das ist wirklich, also... Augenbraue? Augenbraue? So? So? So fast. Okay, let's go. Bro, mach ich auch gelacht, man. Ey, du... Ey! Ballabend! ÖV-a contained in Xbox! WTF? Oooh, dir, das tut schon weh, man. Es gibt Ranked nicht im Trio. Im Team kann man nur mit Baum machen. Die können sich an ins Knie ficken. Kann man nicht zu dritt ganz normal spielen? Wäääähää? Ich bin mir so schön. Was die F*** du hast, was ich? Du hast meine Gedanken, wenn du mich gefragt hast. Alright, alright. Warum hast du die Maske? Ich bin der Maske, weil das die einzige Möglichkeit der Leute hier aufhören zu können. Was? Ja, Leute nur zu mir wenn sie nicht sehen. Ich bin der Maske. Warum? Du kannst mir einfach schicken oder schicken. Wenn du einfach sagen, dass Leute das machen, warum würde ich das machen? Das ist nicht einfach antiklimatisch. Oder was das ist. Hey, wie viel du payt für das? Oh mein Gott. Wait, du bist du fast. Wait. Wait. Wait, I'm sorry. I know you were the way there. Das ist so ehrenlos, ne? Das ist so ehrenlos. Nein, ich muss dir nicht lachen. Mach auch. What the heck? Ey, Digga, das tut toll weh, Chad. Wieso höre ich die Klaue? Triple und wir versuchen beides zu holen. Ribery kommt gerade. Hey, Frank. Sie lernen ja mit Ribery Deutsch. Können Sie schon was Deutsch auf Deutsch sagen? Hey, was ist das? Was ist das? Was ist das? Wasser! Ach, Mann, Digga. Das ist, das ist eine Wasser! Fuck, Digga. Ey, Chad, an der Augenbraue tut ernst richtig krass weh. Kind Kann ich nicht an mein Ohrläppchen? Okay Das ist wirklich ehrelos Kann ich mal durch meine Nase riechen Was haben wir jetzt heute? Ich treffe einen Kunde, der ist über 40 Und er will sich was angucken Ich sage ihm natürlich Ich habe das voll unterschätzt, ne? Ich habe das wirklich kaum net unterschätzt Das ist so einfach, als ob man zwei Menschen da dran hängt Oh, okay So ehrelos Mein Vater war vor der Tür Ich kann das sein, hänggeblieben, ne? Juggi, ich sammle die ganze Zeit Wieso die Jolt, Alter? Ich leuchte die ganze Zeit Sammle raus Joiss- Nein, doch ich muss mich sehen Was ist er in der Umgebung? ich kann das nicht Ich habe das wirklich nicht Ich habe das wirklich nicht das hat 50.000 streams hoch ich wollte jetzt gerade tanken mit kollegen sind gerade von zikai wiedergekommen ich mach diese tankdeckel auf ne guckt mal was hier drinnen chillt guckt euch mal wie groß der ist irgendeine irgendein flüchtling aus zirka ist wieder mitgekriegt wie kann denn das ding antworten guckt euch den mal abo abo leute ich habe einfach ein neues pokémon wieder gefangen mit tankdeckel sagt mal in kommentar wie ich den nennen soll scholl gleich go have fun go have fun hey so which one is yours oh i'm still choosing ich habe einmal einmal für zwei sekunden in einem stream meine adresse gelegt meine mutter sagt mir hier ist ein paket gekommen ich mache das paket auf ich gucke was habe ich da bestellt guck mal was da einfach drin ist irgendein ohrensohn hat mir das bestellt der ohrensohn ich stelle dir vor meine mutter macht das paket auf guck mal was die best boxer ever in your opinion i know you're boxing expert me you you're the best boxer ever well who would win in a fight you or mayweather me okay you or uh mike tyson mike tyson is a b**** he scared of me seriously yeah he can't beat you he can't beat me he scared of me really i beat his ass you beat already or you would i would you would be i beat his ass twice before would you fight mike tyson would you fight afloy mayweather 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 yeah you would i mean so are they are they just all talk i mean because you back it up are they all talk they're all bulls**t they're all bulls**t okay okay they're all bulls**t is there anything you want to say to them to say hey man let's go let's fight beatboxing go at it 3d brille und skinny hose was für 3d brille 3d drehbrille ist für die so das ist rund und das sieht man guck mal jungs lifehack another skin guter lifehack äh guter lifehack muss ich hier merken natürlich jetzt wieder rapide bergab sag mir einen rapper mit dem 44er bizeps heutzutage es gibt keinen außer uns und es gibt dementsprechend auch keine erfolgreichen rapper ich könnte da gerne mal die gfk zahlen der ganzen kasper holzhandel söding die firma heißt holzbauen gmbh die guten alten fucking holzbauen wurde aus spezieller handarbeit gefertigt joh 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 alter ich muss sie kurz ich muss sie kurz anders platzieren 所 ist gut So, welcome back Zu den diesjährigen Disc Golf Meisterschaften Hier kommt Kevin Jones Nimmt seinen üblichen Anlauf und Dieser Enkelbreaker Kam aus der Hölle, aber wir schauen erstmal Auf die Scheibe Kevin Jones mit dem Genickbruch In 4K Packt trotzdem so eine Schleuder aus Der Brie ist unterwegs wie eine Biene Zustechen und verrecken Gut aber Sergei Gnabry Presne Klimpembe Aus Italien Krio Immobilien Tire Immobilien Immobilienmakler Gergoreni Vladinum Jorginio Warnaldum Juan Luca Dominicomorumpa Gijo Donnarumma Xaver Schlager Ich bin so schön, ich bin so toll I'm going to steal Fuck you Lourdana und Adeyemi 2005 2003 Und das ist ehrenlos Komm mal her Ist er mit dem Rollstuhl so flink Bist du auch flink auf den Beinen Oder Digga wisst ihr warum ich lachen musste Chat Wisst ihr warum ich lachen musste Weil ich daran denken musste Dass es damals einfach Parodien gab Und verarschen Weil die Leute das so zusammengeschnitten haben In Youtube Kacke Und einfach Manuelsen hat eine Ansage Gegen diesen Willi will zu essen machen Äh gemacht Deswegen hab ich gelacht Dreck So dumm Das ist das blödste was ich seit langem gesehen hab Kevin Egal wie der andere runter geht Guck mal Das ist das blödste was ich seit langem gesehen hab Ey guck nach hinten kohlen Kevin Ey mann Fuck digga wie seh ich aus Das ist das blödste was ich seit langem gesehen hab Oh die ist auch für halt Junge 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 Ich bin Digger! Digger! Hüse ich aus! Die Hüse ich aus! Oh. Alter. Jungen, Jungen, Jungen. Ja, das ist ja so. Ich kann nicht mal reden, Alter, was ist hier los, Mann? Junge, Junge, Junge So, jetzt bin ich gespannt Danke, Herr So, jetzt bin ich So, jetzt bin ich Das war's für heute. Das passt ja nicht überall hin. Nasenlöcher. So das? So. 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 Digga, sagt ihr, das ist es, Chad? Ja, so ist gut. Okay. Okay. Wir machen weiter. Hallo. Moin, moin, Digga. Einmal zur Bremer Straße, bitte. Wo denn, Digga? Bremer Straße. Nee, Digga, komm, ganz ehrlich, scheiß drauf, Digga, falls haben wir die Spiegelung. Boah. 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 Der war richtig knapp. Der war richtig knapp. Das erste Mal, als ich sie sah war neben deiner Mutter im Bordell Ich bin hässlich, du bist hübsch, ah, sorry du Model Oh, sorry du Model Und du, und du rappst über meine Augenbrauen Als ich die Fotze von deiner Mutter gesehen hab, konnte ich nicht meinen Augen trauen Ach du Scheiße, war ihre Pussy ausgeleiert Ich hab gedacht, King Kong und alle meine Bras hier hätten ihr Geburtstag in ihrer Fotze gefeiert Oh, wie er nochmal runterläuft und so macht, ist so krass, ne Alter Gott, der Prinz von Bel-Air, sagen Sie mal, welche Beleidigungen helfen ihm noch? Hurensohn Sagen Sie es, sagen Sie es Sagen Sie es, aber mit du Aber wenn ich das sage, dann sage ich das nur mit vollem Temperament, ja Ja, genau Ja, sind Sie sich sicher? Ja Sie Hurensohn Fischig ist so fucking boring to me, personally Grabbed it, what the fuck are you doing? Yo Wasi Yo Ich hab so viel Geld auf dem Konto wie das Körpergewicht von Abo Ich bin Millionär Schwarz Okay, das war echt schwarz So stellt sich Hugo das Leben nach dem Tod vor Was ist das? Ein Haargummi, hä, warum denn? Von wem ist das? Von dir, Alter Nein Natürlich Nein, das ist von einer anderen Ich schwöre auf meine Mutter, das ist von dir Nein Wie kommt der aus ohne Scheiße? Klassik me Klassik man Alter Ey, was teilen die ganze höchste Klammern runter? Ja, äh, kann ich nichts Okay Kannst du eben nochmal werden? Dein Beruf, Traum Beruf Koch Fischig ist der Mütter Was? Kannst du eben nochmal werden? Dein Beruf, Traum Beruf Koch Fischig ist der Mütter Hä? Ach Mann, Digga Ey, ist fast nicht mehr was für mein Gesicht hält Pin? Nein Digga Hier, mein Ohr legt noch was Digga Wo soll noch eins hin, Thorsten-Chat? Guck mal, wie ich aussehe Lauf wir können Lauf wir können Digga, komm Wir haben jetzt insgesamt Eins, zwei Wir haben sechs Klammern Die sollen in mein Gesicht passen Okay, ich versuche jetzt was Okay, das kommt Der hier kommt Da mein Ohrläppchen Das ist nicht zu doll Das funktionieren alles Der hier kommt Und meine Augenbraue So, einer auf Nase So, eine Gesicht Oder Der Andere Ohr geht nicht Hier Digga Ja, also wirklich Das ist gottlos, ne? Lüffel, ja So, Lüffel Und der Eide Da Äh, Gesicht So Seh, das geht Ach Ohren gehen mindestens Drei Stück Für Seite Ja, und Headset stecke ich dann In meinen Arsch Damit ich Sound höre Kato Wie mache ich das jetzt? So So ist gut Wie mache ich das jetzt? Ich hab mein Handy irgendwo verloren. Handy, das ist hart. Jungs, wisst ihr, was ich niemals verlieren werde? Kalorien, Digga. Warum? Seit 10 Jahren nimmst du ab und trotzdem siehst du immer gleich aus. Der Kampfpanzer hatte gleich kein Sprit mehr. Guck, 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 guck. Digga, ich sah. Ich höre, ich sah. Ich... Digga, das ist auch eine richtige Scheiße, die Dorian. Ja, ich sah. Du... ...are not... Told du, bro. Are you serious? Told du, kann ich mich in den Rock? Du, man, I'm the motherfucker riding in that bitch. Was soll daran lustig sein, Chat? Was soll daran lustig sein? Eriksa Wie lange sind wir schon da rein, Chat? Wie lange machen wir da schon? Ich habe anderen Männern nachts im Schlaf am Anus gekitzelt und sie liebevoll gestreichelt. Ich komme aus Texas und wurde der Texas Anus Kitzler Bandit genannt. Ihr fragt euch sicherlich warum, ich erzähle es euch. Ich liebte es anderen Männern am Pordoch herumzuspielen. Also entschloss ich mich nachts, um die Häuser zu schleichen und in andere Wohnungen und Häuser einzubrechen, um den schlafenden Männern sanft über ihren Po zu streichen oder an ihren süßen Pordoch zu kitzeln. Doch nicht jedem gefiel es anscheinend, da ich hörte, dass manche Männer nur noch auf dem Rücken deswegen schliefen. Ich frage mich nur wieso, ich wollte den Männern doch nur Gutes tun. Naja, leider wurde ich dann auch irgendwann gefasst. Zwölf Männer fielen mir zum Opfer, doch die Polizei nahm es mit Humor und sie lachten sich über meinen Fall kaputt. Es nahm aber alles ein Happy End. Ich bin jetzt im Gefängnis und um mich rum sind nur Männer, die von ihrem Glück noch gar nichts wissen. Yo! Das ist sogar echt, ne? Der war schon bei mir, echt? Ain't nobody ballin like me, really? Swishy, nippli, nippli! Huh? Da, 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 da! He, 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 he! Ha! Ja! ... ... ... ... ... ... Hey nigga! Digga, ich sabber komplett. Lippe kann man vergessen, Chat. Richtige Scheißidee, Dorian. Wichser. Zunge? Äh. Ah ne, Zunge ist glaub ich schlimm. Warte mal, ich mach mal hier. So, wir teilen die nochmal auf. Hier. Hier ist easy. Der ist zu viel. So, der, der geht klar. Oh, Lippchen kann man auch mal wieder wechseln. Oh, oben, oh, oben. Da sind so Knochen dran. Das tut übertrieben weh, Chat. Und ich glaub, das ist auch nicht so gesund. So, hier. So. Okay. 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 So. So, hast. So, okay. So, okay. Ich glaube, das hat mir mein Letzter gemacht. Ich will ein Lehrer sein, wenn ich um. Ein Babysitter. Ein Pastor. Ein Dolphin Trainer. Ich will Letzter sein. Ein Terrorist. Was ist das? 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 Got them rugs, them rugs with a paw. Suicide, 60 hundred, that's a block. If you got the check free, she used to text me. Now she wanna caress me, she keep trying and a- Letzter, Letzter, Letzter! Oh no, letzter! What? 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 Huh? What? I don't really love me. Oh, it's so... Huh? Digga, war das gottlos scheiße. Alter. So. So, wir machen weiter. ...einfach aus der Langweile heraus. Es war Corona und ich war ganz gelangweilt. Dann hab ich ge... ...gelangweilt. Chat, ich bin gelangweilt. Hier, guck mal meine Eier. Guck mal hier, mein Arschloch. Mir ist langweilig. Guckt mal mein Arschloch. Mir ist langweilig. Guckt euch mein Arschloch jetzt an. Puh. Ehrenlos. Ja, let's go! Hatte eine Frage. Was könnte das bedeuten, wenn eine Frau das postet, die ich gern habe? She remembered who she was and the game changed. Ha, dann einfach wichsen, Digga. Lass dich auf die Weile scheiße nicht ein. Ich versteh's auch nicht. Einfach ein wichsen und gut. Weisheit. Maschallah, dass du das Eier machst. Ich bring dich um! Hm! Das ist Hans. Cody, kannst du bitte meinen Rücken eincremen? Ja, klar, natürlich. Rücken, Cody. Rücken, Cody. Rücken, Cody. Mein Rücken. Einfach meinen Rücken eincremen. Deine Füße. Bin ich taub, oder was? Deine Füße. R-Rücken. O gained. Nissan. Räkst du eine Atmosphäre? A-"; Die website ist ever. Imia H-Eva- Ok, was machen wir nochChiD? Das sind die letzten, die wir machen Let's go Zeig her Okay, das sind die letzten So weird What is the difference between science and religion? Science flies you to the moon while religion flies you into towers Joe, dude Doesn't matter what color it is I'm sorry I'm sorry Deiner Arsch Schuss Deiner Schuss Jetzt klingt irgendeine scheiße Wimper in meinem Auge drin Das fuckt mich jetzt Old Merd Ja, mach es definitiv ab Hashtag I don't like it Hashtag I don't like it Wieso? Wieso sagt er Hashtag I don't like it Stell mal vor mein Vater schlick mich Ich sage Hashtag das tut weh Ich schlick noch mehr schlick Die ganz große Distanz von meinem Liebe heute Oh You thought I was feeling you? That nigga munched I spy to the building I spy to the building Say it one time You thought I was feeling you? Hey I He Ja, 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 ja.